Hallo liebe Wuselkinder, ich bin's wieder, eure Daniela und ich habe euch den nächsten Teil mitgebracht von den Vampirschwestern. Ein zahnharter Auftrag und wir sind gerade an einer sehr spannenden Stelle. Also wenn ihr noch die anderen Teile nicht gehört habt, hört sie zuerst, damit ihr jetzt nicht alles verraten bekommt. Für die, die es gehört haben, eine kurze Erinnerung. Die beiden Schwestern sind jetzt kurz davor, die Pflanze zu pflücken, beziehungsweise nein, sie haben sie schon gepflückt und es ist was Schlimmes passiert, denn sie haben sie nicht zur richtigen Zeit gepflückt. Sie haben die Zeitumstellung verpasst oder vergessen und deswegen ist jetzt der Osmund Mortus Dämon erwacht und will sie töten. Und jetzt ist die Frage, können sie gerettet werden und wenn ja, wie? Osmund Mortus hatte eine große blumenkohlförmige Nase mit schwarzen Poren, so groß wie Stecknadelköpfe gehabt. Der Geist von Osmund Mortus hatte diese Nase auch. Diese Nase war nur eine Briefmarkendicke von Daka und Silvania entfernt. Daka schielte auf die schwarzen Poren. Sie versuchte sich abzulenken, indem sie sie zählte. Sie war bereits bei 25. Silvania sah ebenfalls auf die Nase. Sie dachte dabei nicht an Blumenkohl oder daran, die Poren zu zählen. Sie dachte, meine Hose ist gleich nass. Osmund Mortus Dämon rümpfte die Blumenkohl Nase. Er runzelte die von Warzen überzogene Stirn. Seine Nasenlöcher blähten sich auf. Daka und Silvania sahen darin Dinge, die sie gar nicht sehen wollten. Osmund Mortus Dämon witterte etwas. Er schnüffelte von oben bis unten an den Zwillingen. Er schüttelte sich. Ein paar Würmer fielen aus seinen Haaren. Ich rieche, begann er. Ich rieche. Er baute sich vor den Zwillingen auf, streckte die Brust heraus und hob das bärtige Kinn. Ich rieche Transsilvanische Erde. Daka sah auf ihre silbernen Schnürstiefel. Sie wackelte mit den Zähnen. Nee, Entschuldigung, Zähnen. Dazwischen knirschte Transsilvanische Erde. Silvania fasste an ihren goldenen Kettenanhänger. Man konnte ihn aufklappen. Darin war ein Bild von Oma Setschi und ein paar dunkle Krümel. Kein Staub. Transsilvanische Heimaterde. Osmund Mortus Dämon stemmte den Nacktschneckenarm in die Hüfte. Mit dem anderen Arm zeigte er auf die Mädchen. Genau genommen mit dem Mittelfinger. Der Zeigefinger fehlte. Ihr seid Vampire, rief er. Die eisblauen Augen funkelten voller Hass. Daka und Silvania wagten es nicht zu widersprechen. Geister hatten immer recht. Vor allem, wenn sie kurz davor waren, einen ins Reich der Toten zu befördern. Vampire, rief Osmund Mortus Dämon. Er warf seinen Kopf nach hinten und lachte. Es war ein schauriges Lachen. Daka schielte zu ihrer Schwester. Die zuckte kaum merklich mit den Schultern. Vampire, hier, auf meinem Grab. Osmund Mortus Dämon schüttelte den Kopf. Ein Wurm klammerte sich an einer grauen Haarspitze fest. Dann rieb sich der Geist die Hände. Er kniff die Augen zu Schlitzen zusammen und musterte die Zwillinge. Nein. Ihr kommt nicht so einfach ins Reich der Toten, sagte er leise. Silvania sah den Geist verdattert an. Nicht so einfach ins Reich der Toten? Mussten sie vorher noch Aufgaben erfüllen? Oder kamen sie als Vampire, für die sie Osmund Mortus Dämon nun offenbar hielt? An einen anderen Ort? Als Vampirjäger sammelte er vielleicht Vampire und sie kamen in ein Museum? Für euch gibt's eine Sonderbehandlung, fuhr Osmund Mortus Dämon fort. Sonderbehandlung klang gar nicht gut, fand Daka. Sie musste an ihren Tierkundelehrer in Bistrien denken. Herr Barnard vergab selten schlechte Noten. Dafür jede Menge Sonderbehandlungen, wie zum Beispiel das Säubern des Schulschweinestalls, Nachhängen am Fahnenmasten der Schule bis zum Morgengrauen oder man musste, bis man eine Blase an der Hand hatte, an die Tafel schreiben, ich darf meinen Lehrer nicht mit Rattenaugen, Wildschweinborsten oder anderen Essensresten bewerfen. Wenn dem gutmütigen Tierkundelehrer solche Sonderbehandlungen einfielen, was fiel dann dem Geist des größten Vampirjägers aller Zeiten ein? Ihr werdet grausam und qualvoll dahin siechen, wie es sich für blutsaugende Ungeheuer wie euch gehört, rief Osmund Mortus Dämon, und zwar durch die ausgeklügelten, schonungslosen und brutalen Mittel des Osmund Mortus, dem größten Vampirjäger aller Zeiten. Daka sah kurz zu ihrer Schwester und drückte fest ihre Hand. Eine Sonderbehandlung konnte nichts Gutes sein. Silvania erwiderte den Druck. Sie biss sich auf die Unterlippe. Also nichts mit Museum, dachte sie. Das Reich der Toten klang gegen das, was Osmund Mortus Dämon jetzt mit ihnen vorhatte, wie eine Gartenparty. Die Schwestern warfen sich einen letzten Blick zu. Silvania hatte eine Träne im rechten Augenwinkel. Sollte ihr junges Halbvampirleben so enden? Auf dem Friedhof des Grauens, ungeküsst und mit verschwitzten Haaren? Daka wollte nicht so schnell aufgeben. Es musste einen Ausweg geben. Sie überlegte fieberhaft, aber sie war viel zu nervös und ihr Körper viel zu geschwächt vom langen Flug. Ihre Gedanken fuhren Geisterbahn. Hatte Oma Setschi recht und ein Happy End gab es nur in Filmen und Büchern? Aber Daka wollte noch nicht sterben. Sie wollte Meisterinnen im Freestyle Fly werden. Sie wollte einen Weltflug machen und sie wollte zusammen mit dem Sänger von Krypton Krax auftreten. Sie biss sich vor Verzweiflung auf die Zunge. Gleich ist es aus mit euch, rief der Geist. Er lachte mit dämonischer Vorfreude. Haha, nehmt das! Blitzschnell hatte er etwas aus der Manteltasche gezogen. Er hielt es Daka und Silvania direkt vors Gesicht. Daka und Silvania sahen etwas aufblitzen und wichten spontan zurück. Es war ein silbernes Kreuz. Daka und Silvania starrten das Kreuz einen Moment an. Dann sahen sie wieder zum Geist und wieder zum Kreuz. Osmond Morthos Dämon runzelte die Stirn. Er sah das Kreuz selbstprüfend an und polierte es schnell mit dem Mantelärmel. Dann hielt er es wieder vor die Mädchen. Nehmt dich! Daka schielte Fragen zu ihrer Schwester. Silvania zuckte mit den Schultern. Daka streckte langsam die Hand nach dem Kreuz aus. Kurz bevor sie es berühren konnte, zog der Geist das Kreuz blitzschnell zurück. Bist du von Sinnen, Vampir? rief Osmond Morthos Dämon. Wieso? Sie haben doch gesagt, wir sollen es nehmen, antwortete Daka. Sie sah ihre Schwester hilfesuchend an. Die eisblauen Augen schossen giftige Blicke auf die Zwillinge. Ihr seid widerstandsfähiger, als ich dachte. Aber ich kriege euch keine Bange. Mir ist noch nie ein Vampir entkommen. Nehmt dies! Mit diesen Worten zog der Geist aus der Manteltasche eine lange, große, weiße Kette hervor. Sie bestand aus lauter Knoblauchzehen. Osmond Morthos Dämon schwenkte die Kette vor den Zwillingen hin und her. Silvania und Daka standen noch immer stocksteif da. Nur ihre Augen bewegten sich von links nach rechts, nach links und wieder nach rechts. Der Geist sprach mit tiefer Stimme. Vampirus Morthos Dolerus Monstrum Exitus. Er wiederholte den Satz mehrmals in einem seltsamen Singsang. Dabei verdrehte er die eisblauen Pupillen nach oben, sodass nur noch der gelblich-weiße Augapfel zu sehen war. Die Schwestern hatten die Knoblauchkette mittlerweile aus den Augen gelassen und sahen den Geist mit offenen Mündern an. Der Singsangsatz hörte sich sehr beeindruckend an, aber sie verstanden kein Wort. Es war weder deutsch noch vampwanisch. Sollen wir die Knobikette jetzt nehmen oder nicht? Flüsterte Daka ihrer Schwester zu. Lieber nicht, flüsterte Silvania zurück. Plötzlich brach Osmund Morthos Dämon den Singsang ab. Er starrte die Schwestern mit weit aufgerissenen Augen an. Ihr, ihr seid immer noch, aber der Knoblauch, ich verstehe nicht. Der Geist fuhr sich mit der Vierfingerhand durch die wirren, grauen Haare. Ein Wurm klebte an seiner Hand fest. Na schön, ihr habt es nicht anders gewollt. Euch erwartet die schlimmste Folter seit Vampirgedenken. Er holte einen kleinen bronzenen Kessel mit einem goldenen Wedel aus seinem Mantel. Er tauchte den Wedel in den Kessel und bespritzte die Zwillinge mit einer Flüssigkeit. Silvania duckte sich instinktiv. Daka leckte sich mit der Zunge ein paar Spritzer von Lippen. Wasser? Vampiros Morthos Doleros Monstrum Exitus, sang der Geist mit tiefer Stimme. Er hatte die Pupillen gen Himmel gerichtet. Silvania richtete sich wieder auf und Platsch, genau als der Geist eine kräftige Ladung Weihwasser mit dem Wedel austeilte. Meine Frisur, rief Silvania spontan und fuhr sich mit den Händen über den Kopf. Der Geist hielt abrupt inne. Er sah die Zwillinge an. Seine Lippen begannen zu zittern. Vampiros Morthos Doleros Monstrum Exitus, betete er eindringlich. Daka versuchte weitere Weihwasserspritze abzubekommen. Sie hatte Durst. Silvania hatte kurz angstvoll innegehalten, als der Geist die Zwillinge gemustert hatte. Doch jetzt war sie wieder mit ihren Haaren beschäftigt. Osmond Morthos Dämon war mit Singen beschäftigt. Vampiros Morthos Soleros Monstrum Exitus, wiederholte er abermals. Daka leckte sich ein Weihwassertropfen von den Lippen. Dann lauschte sie dem seltsamen Gesang und unterdrückte ein Gähnen. Sie hatte sich geirrt. Zum Glück. Die Sonderbehandlungen von Herrn Barnard waren viel schlimmer als die vom Vampirjägergeist. Silvania hatte ihre Frisur wieder gerichtet. Sie musterte Osmond Morthos Dämon. Langsam ging ihr ein Licht auf. Ein Kreuz, Knoblauch, Weihwasser. Der größte Vampirjäger aller Zeiten musste vor Urzeiten gelebt haben. Der Singensang von Osmond Morthos Dämon wurde immer schwächer, sein Zittern dafür immer stärker. Der Kessel mit dem Weihwasser fiel lieber aus der Hand, ebenso der Wedel. Seine Beine versagten. Der Geist fiel auf die Knie. Wieso lebt ihr noch? Ich verstehe das nicht. Meine raffinierten Waffen, sie haben immer gewirkt. Daka und Silvania beobachteten den Geist einen Moment mit Abstand. Vielleicht war das Ganze nur ein ausgeklügelter Trick und schnapp. Im nächsten Augenblick waren sie Halbvampirbrei. Der Geist schluchzte. Er schüttelte sich. Seine Augen waren gerötet. Er sah die Zwillinge hilflos an. Wieso? rief er verzweifelt. Sind Sie sicher, dass Sie der größte Vampirjäger aller Zeiten waren? fragte Daka. Osmond Morthos Dämon nickte. Ich war überall gefürchtet. Die Vampire sind grausam zugunde gegangen. Keiner ist mir entkommen. Das muss aber schon sehr lange her sein. Ihre Mittel sind total veraltet, erwiderte Silvania. Veraltet? Der Geist wurde noch blasser, als er sowieso schon war. Ja, es gibt neue Technologien, sagte Daka. Und die Globalisierung, fügte Silvania hinzu. Globalisierung? Der Geist starrte die Zwillinge mit offenem Mund an. In der vorderen Zahnlücke krabbelte etwas. Daka sah den Geist mitleidig an. Sie wollte etwas Nettes zu ihm sagen. Seien Sie froh, dass Sie schon tot sind. Sonst wären Sie jetzt arbeitslos, sagte Silvania. Naja, vielleicht könnte er mit dem Singensang irgendwo auftreten, überlegte Daka laut. Osmond Morthos Dämon sah erst zu Daka, dann zu Silvania. Er schlug die Hände vors Gesicht, beugte sich vorne über und begann laut zu schluchzen. Silvania zog die Augenbrauen hoch. Daka kratzte sich hinterm Ohr. Der Geist schluchzte. Einen Moment wussten die Schwestern nicht, was sie tun sollten. Sollten sie die Gelegenheit nutzen und sich so schnell wie möglich vom Acker machen? Aber dann wäre Osmond Morthos Dämon vermutlich nicht mehr traurig, sondern richtig wütend. Er würde sie einholen und nicht mehr entkommen lassen. Das Reich der Toten war ihnen gewiss, mindestens. Außerdem fanden die Schwestern, sah der Geist wirklich mitleiderregend aus. Wie er so da saß und schluchzte, seine Schultern bebten und die Würmer in seinen Haaren die Flucht ergriffen. Konnten sie einen Menschen oder einen Geist so mit seinem Kummer allein zurücklassen? Schließlich kniete sich Daka vor Osmond Morthos Dämon. Das ist doch nicht so schlimm. Nicht schlimm, schnaufte der Geist zwischen zwei Schluchztern. Ich war der größte Vampirjäger aller Zeiten. Und jetzt sind meine Mittel keinem Pfifferling mehr wert. Die Vampire lachen mich aus. Die Menschen werden mein Denkmal niederreißen. Wie soll ich noch in Ehre tot sein? So schlecht sind ihre Mittel gar nicht, sagte Silvania. Aha! Sie wirken nur überhaupt nicht mehr, rief der Geist. Er lachte nochmals hysterisch auf. Vielleicht liegt es daran, begann Daka, dass wir Halbvampire sind. Uns machen Kreuze, Knoblauch und Weihwasser nichts aus. Das war gelogen. Aber nur ein bisschen. Knoblauch machte auch Halbvampiren etwas aus, aber nur, wenn sie ihn aßen. Das war wie bei Menschen, die eine Allergie hatten, zum Beispiel gegen Nüsse. Genau, bei echten Vampiren funktionieren ihre Mittel, log Silvania. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Onkel Vlad oder ihr Vater vor Kreuzen, Knoblauch oder Weihwasser davonliefen. Halbvampire? Osmund Mortus Dämon starrte die Zwillinge an wie zwei Außerirdische. Seit wann gibt es denn sowas? Seit unsere Mutter in den Karpaten wandern war, sagte Daka. Sie trug eine Halskrause, erklärte Silvania. Weil sie ein paar Tage vorher gestürzt war, sagte Silvania. Und dann haben sie einander in die Augen gesehen, fuhr Daka fort. Und sich verliebt, Silvania seufzte. Deshalb gibt es uns, schloss Daka. Was dazwischen passiert ist, können sie sich sicher denken. Der Geist sah Daka und Silvania einen Moment mit offenem Mund an. Dann schüttelte er den Kopf. Ein dicker, glitschiger Wurm rutschte aus den Haaren und landete knapp neben Dakas silbernen Schnürstiefeln. Halb, Vampire! Zum Glück bin ich schon tot. Daka stupste den Wurm vorsichtig mit dem Fuß ein wenig zur Seite. Sag ich doch, da können sie froh sein. Osmund Mortus Dämon warf noch einen kurzen Blick auf die Zwillinge, dann starrte er vor sich hin. Er kratzte sich mit dem Weihwasserwedel am Bad. Von seiner Lippe tropfte etwas Speichel. Silvania zupfte ihre Schwester am Ärmel. Jetzt war es wirklich Zeit, die Fledermaus zu machen. Sie hatten den Geist getröstet, mehr konnten sie nicht tun. Daka hob vorsichtig die luftdichte Box auf. Sie wagte einen Schritt nach rechts, nur weg von dem Höllenloch. Plötzlich schoss der Geist in die Höhe. Wo wollt ihr hin? Es klang. Nein, in voller Größe stand er mit funkelnden Eisaugen vor ihnen. Daka zog den Kopf ein und sagte leise, nach Hause? Es klang, als wollte sie um Erlaubnis bitten. Osmund Mortus Dämon steckte den Weihwasserwedel ein. Das geht so nicht. Ihr könnt nicht einfach vom Friedhof spazieren. Wie sieht denn das aus? Daka und Silvania fanden, das sah sehr gut aus. Aber sie sagten lieber nichts. Der Geist blickte die Zwillinge mit wässrigen Augen an. Er rieb das rechte Ohr an der Schulter und sagte leise mit schräg gelegtem Kopf. Kann ich euch wenigstens vom Friedhof jagen, so wie sich das für einen richtigen, ordentlichen Geist gehört? Daka richtete den Kopf wieder auf und atmete aus. Dann stülpte sie die Lippen nach außen und schubte mit den Schultern. Von mir aus. Wenn's sein muss, sagte Silvania. Osmund Mortus Dämon blieb unentschlossen vor den Zwillingen stehen. Er hatte die Lippen aufeinander gepresst und sah zu Boden. Daka schielte Fragen zu ihrer Schwester. Silvania zuckte die Schultern. Jagen sie uns schon? fragte Daka. Der Geist blickte auf. Ich habe eine Bitte. Erzählt niemandem, dass die Mittel des größten Vampirjägers aller Zeiten veraltet sind. Erzählt niemandem, wie ich mich blamiert habe. Lasst Osmund Mortus in Ehre tot sein. Der Geist verschränkte die Hände und sah die Mädchen eindringlich an. Eine Träne lief aus dem rechten Auge über eine Warze, über die Narbe bis zum grauen Bart, wo sie eine kleine Kellerassel ertränkte. Und sie tun aber auch nur so, als würden sie uns jagen und lassen uns ohne Probleme vom Friedhof, stellte Silvania noch einmal klar. Ich schwöre es bei der Ehre des größten Vampirjägers aller Zeiten. Osmund Mortus Dämon hob feierlich die Hand mit den vier Fingern. Aller vergangenen Zeiten, fügte er leise hinzu. Okay, abgemacht, sagte Daka. Einen Moment wollte sie dem Geist die Hand reichen, entschied sich dann aber aus gesundheitlichen Gründen dagegen. Osmund Mortus Dämon nickte den Zwillingen zu. Dann atmete er lautstark ein. Es hörte sich an, als braue sich ein Gewitter zusammen. Der Geist baute sich vor den Schwestern auf. Er stemmte die Hände in die Hüften, blähte die Backen auf und stampfte mit den Füßen. Die Zwillinge sahen den Geist erwartungsvoll an. Osmund Mortus Dämon ließ die Luft aus den Backen und blickte verzweifelt auf die Schwestern hinab. Na los, ihr müsst wegrennen. Ach so, sagte Daka. Alles klar, sagte Silvania. Die Schwestern rannten los. Sie liefen auf dem kleinen Nebenpfad zum großen Kiesweg, der direkt zum eisernen Friedhofstor führte. Osmund Mortus Dämon rannte hinter ihnen her. Er machte und manchmal auch er gab sich wirklich große Mühe. Beinahe hätte Daka sogar grinsen müssen. Doch kurz bevor sie das Friedhofstor erreichten, gefroren ihre Gesichtszüge vor Schreck. Mitten im Tor standen vier Gestalten. Sie hatten hautenge schwarze Anzüge an, trugen seltsame große Brillen und hatten Schläuche im Mund. Silvania schrie auf. Die Gestalten schrien ebenfalls. Sie rissen die Arme in die Höhe und stürmten auf die Zwillinge zu. Blitzschnell änderten Daka und Silvania die Richtung. Wer nachts vermummt auf dem Friedhof des Grauens herumwandelt, konnte nichts Gutes im Sinn haben. Die Zwillinge mussten den vier Gestalten entkommen. Retter im Anzug Ludo, Helene, Vlad und Michai hatten gerade in ihren Taucheranzügen den Friedhof betreten, als Silvania und Daka auf das Friedhofstor zustürmten. In letzter Sekunde änderten sie Schlag Schlagartig die Richtung, die Richtung. Statt durch das Tor in die Freiheit zu laufen, rannten sie nach rechts auf einen Friedhofsweg. Warum taten sie das? Für Ludo, Helene, Vlad und Michai stand fest. Etwas Grausames, Furchterregendes musste hinter ihnen her sein. Es hatte Silvania und Daka so viel Angst eingeflößt, dass sie nicht mehr wussten, wo sie waren und wohin sie liefen. Und da kam er auch schon mit Brausen und Donnern um die Ecke. Grausam und Furchterregend. Osmund Mortus Dämon. Er stürmte wie besessen hinter den Zwillingen her. Seine langen, grauen Haare stoben nach hinten. Würmer baumelten und kringelten sich an den Haarspitzen. Seine Augen waren blau, der Blick eiskalt. Er hatte die langen, dünnen Arme nach den Zwillingen ausgestreckt. Er schrie mag erschütternd. Huhu, hei hei und buhu. Für Helene war es der gruseligste Geist, den sie jemals gesehen hatte und ihr erster. Für Ludo war es auch der gruseligste Geist, den er jemals gesehen hatte und er hatte schon einige gesehen. Michai und Vlad spürten beim Anblick von Osmund Mortus Dämon ein schmerzhaftes Ziehen in den Wurzeln ihrer Eckzähne. Wenn sie, zwei erwachsene Vampire aus einer der ältesten Vampirfamilien der Welt, schon vor dem Geist schauderten, wie ging es dann Daka und Silvania? Sicher hatten sie Todesangst. Sie mussten die Zwillinge retten und zwar RAPEDADI. Vlad gab sofort das Zeichen und die vier Taucher rannten hinter Osmund Mortus Dämon hinterher, so schnell sie konnten. Allerdings konnten sie nicht sehr schnell. Helene rutschte mit den Taucherfüßlingen beinahe auf dem Kies aus. Bei Vlad beschlug die Tauchermaske und sein Monokel. Er fluchte innerlich. Michai verlor beinahe das Mundstück, so heftig ging sein Atem. Ludo, der dem Geist am dichtesten auf den Fersen war, sah auf einmal nichts mehr. Ein Wurm hatte sich aus den Haaren von Osmund Mortus Dämon gelöst und war auf Ludos Tauchermaske geklatscht. Ludo schielte auf den Wurm. Ihm wurde schlecht. Osmund Mortus Dämon raste hinter Silvania und Daka hinterher. Jeden Moment würde er sie einholen. Er war nur noch Zentimeter von den Zwillingen entfernt. Der Abstand zwischen den Tauchern und dem Geist dagegen wurde immer größer. Dann geschah etwas Merkwürdiges. Gerade als Michael einfiel, dass er flopsen und Vlad einfiel, dass er fliegen und den Geist mit ein paar gekonnten Hachiggriffen zur Strecke springen konnte, verschwanden Daka und Silvania plötzlich durch ein kleines Nebentor aus dem Friedhof. Osmund Mortus Dämon jedoch raste weiter gerade aus. Als hätte er den Abzweig verpasst. Es schien kein Problem damit zu haben, dass seine Beute auf einmal verschwunden war. Die Taucher wedelten mit den Armen, tippelten mit den Füßlingen und bekamen gerade noch die Kurve. Sie rannten aus dem Nebentor. Vor den Friedhofsmauern rissen sie sich die Tauchermasken und Mundstücke vom Gesicht. Gierig atmeten sie die Nachtluft ein. Daka und Silvania erstarrten die Taucher an. Ihr? riefen sie gleichzeitig. Wer sonst? rief Onkel Vlad. Mit Schweißtränen auf der Stirn umarmte Michael Tepes seine Töchter. Das ist die Beute! Vlad Lirak! Ihr lebt! rief er, während er sein Gesicht in Silvanias rotbraunen Haaren vergrub und mit der Hand über Dakers Stachelhaarfrisur strich. Silvania und Daka bekamen kaum Luft, so kräftig umarmte ihr Papa sie. Aber auch sie schlangen die Hände um ihn. Helene, Ludo und Vlad umarmten die Zwillinge von der anderen Seite. Puh, ich hatte Schiss, sagte Helene und drückte erst Silvanias und dann Dakers Arm. Boi, 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 murmelte Vlad und schlug den Zwillingen auf die Schulter. Ludo sagte nichts. Er drückte nur. Nach diesem Abenteuer tat so eine Umarmung richtig gut. Silvania und Daka fühlten sich rundum beschützt, behütet und vielleicht ein kleines bisschen eingezwängt. Silvania hustete. Daka röchelte. Entschuldigung, krächtzte Silvania und bekam einen Arm frei. Könntet ihr vielleicht, brach Daka hervor, die den Arm von ihrem Papa vor der Nase hatte. Ich kriege keine Luft mehr. Schloss Zoppo. Michai Tipp, es gab seine Töchter aus der Umarmung frei. Vlad, Helene und Ludo traten zurück. Die Zwillinge schnappten nach Luft. Als sie sich wieder erholt hatten, musterten sie die anderen von oben bis unten. Wieso? begann Silvania und runzelte die Stirn. Sind das etwa? fragte Daka und deutete auf die Anzüge. Taucheranzüge, sagte Helene. Unser Freund Chumpo hier hatte die... Chumpo. Hier hatte diese brillante Idee. Michai Tepes legte Ludo den Arm um die Schulter. Ludo sah zu Boden. Dann sah er die Zwillinge an und grinste. Als wir wussten, dass ihr in Schwierigkeiten steckt, begann Michai. Wegen der Zeitumstellung. Da wollte Michai Tepes fortfahren. Die Zeitumstellung? rief Silvania. Daka schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. Na klar, die Winterzeit fängt an. Ach deshalb, begann Silvania. Und ich dachte, wir haben zu lange gebraucht, um die Germania-Drakona aus dem Boden zu ziehen, sagte Daka. Und zwar klar, dass ihr den Geist geweckt habt. Wir wollten unbedingt auf den Friedhof und euch retten, sagte Vlad. Aber da war ja die Germania-Drakona, warf Ludo ein. Wir mussten uns schützen, bemerkte Helene. Denn tot hätten wir euch nicht retten können, stellte Ludo klar. Also haben wir uns Taucheranzüge besorgt, sagte Onkel Vlad. Die haben wir uns mal kurz ausgeliehen, sagte Michai und kratzte sich an der Nase. Von einer kleinen Taucherschule, wir bringen sie gleich zurück, sagte Vlad. Und es hat bestens geklappt? Dem Geist haben wir es ordentlich gezeigt, was? Michai sah zufrieden in die Runde. Daka und Silvania starrten ihren Papa an. Dann nickten sie langsam. Daka hüstelte in die Faust. Silvania putzte sich kurz die Nase. Jetzt erzählt aber mal, Helene trippelte von einem Fuß auf den anderen. War es auf dem Friedhof richtig unheimlich? Gab es auch Zombies? Hat der Geist geredet und war er richtig furchtbar schrecklich? Habt ihr die Germania-Drakona? Daka hielt die luftdichte Box in die Höhe. Steckt hier drin. Die anderen musterten die Box wie eine Schatztruhe. Wie habt ihr es geschafft, die Germania-Drakona zu pflücken, obwohl ihr den Geist geweckt habt? Fragte Onkel Vlad. Daka streckte die Brust heraus. Eigentlich war es ganz ein... Silvania stieß ihre Schwester an die Seite. Daka sah sie irritiert an. Es war ganz einfach wahnsinnig unheimlich. Beinahe mussten wir mit unserem Leben dafür bezahlen, erzählte Silvania. Daka zog die Augenbrauen hoch. Dann nickte sie schnell. Stimmt! Erst wollte uns Osmund Mortus Dämon ins Höllenloch schubsen, direkt ins Reich der Toten. Helene stieß einen kurzen Schrei aus. Michael legte die Hände auf die Wangen und riss die Augen auf. Vlad und Ludo standen stocksteif da und hörten mit offenem Mund zu. Aber dann kam es viel schlimmer. Fuhr Daka fort. Silvania nickte. Er drohte uns Foltermethoden an. Sowas habt ihr noch nie gehört. Wir erzählen es am besten erst gar nichts, sonst könnt ihr nicht mehr schlafen, sagte Daka. Stellt euch einfach die grausamsten, ekligsten, brutalsten Qualen vor und nehmt das dann mal drei. Silvania sah alle ernst an. Helene schluckte. Sie strich sich über die Arme, auf denen sich unter dem Neoprenanzug Gänsehaut ausgebreitet hatte. Und dann? fragte Ludo. Dann, naja, dann begann Daka und sah Hilfesuchen zu ihrer Schwester. Dann sind wir weggerannt, ganz einfach, sagte Silvania. Und dann kamt ihr ja schon, unsere Retter im Taucheranzug, fuhr Daka fort. Ohne euch würden wir jetzt sicher noch, sicher immer noch über den Friedhof rasen, mit dem Geist im Nacken, sagte Silvania. Michai breitete die Arme aus. Er fasste Daka links und Silvania rechts. Meine Töchter, rief er. Er schlutzte. Lasst uns Transsilvania-Rotna-Inima-Moi singen. Doch nicht jetzt, Papa, sagte Silvania. Gesungen wird später, beschloss Vlad. Erst müssen wir zurück nach Bindburg und die Germania-Drakona verkochen. Und die Taucheranzüge zurückbringen, erinnerte Ludo. Wenige Minuten später hoben zwei Vampire, zwei Halbvampire, zwei Menschen und zwei Gloprillen in die Luft ab. Der östliche Horizont verfärbte sich bereits hellblau und rosa-weiß. Die Morgendämmerung setzte ein. Sie mussten sich beeilen, wollten sie rechtzeitig in Bindburg landen. Das ist ja schon mal ganz gut ausgegangen. Jetzt ist das Buch auch gar nicht mehr so lang. Das schaffen wir wahrscheinlich in zwei Lesungen, würde ich sagen. Und wir müssen jetzt mal schauen, ob das die Pflanze hält, was sie verspricht, ob sie wirklich diesen Trank kochen können und damit die Vampire heilen können, damit das nicht alles umsonst war. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut, eure Daniela.